wir begrüßen euch zu mario party acht im letzten spielbrett ist auch nicht geil und dieses mal mit 30 runden weil es das letzte brett ist und darum steht der bausamann da werden wir eine crew von freaks ja angeschafft ja er als joshin ich als buch dann noch war und ich fange an würde ich sagen gesetze wie sind das passiert 10 münzen was so wer wir haben von anfang fünf sterne wenn du keine punkte auf dem weg bin ich schau bei einem land bei wo ist wohl der nächste auf diesem geld gibt es keine sternfelder die müssen wir uns hier abknöpfen also zerstören blut noch sehr weit gekommen hinter euch allen wird schwimmt gegen den strom erklär mir nochmal welches jetzt zwei welche drei zweimal würfeln bei gegner kontakt zweistellen die beliebungen dreimal würfeln bei körpern also bei also bei uns finde neu ich komme jetzt öfter wieder drei illuminati sie ist keine von uns wir müssen sie vernichten alle auf fressen wollen wir müssen sie wirklich vernichten sie hat ein bonbon die ist gefährlich hier peach auch für sich fresse bekannt dass ich immer wieder entführen lässt jetzt gehört der pause auf dem feld ist dann muss sie unbedingt hierhin kommen genau das war übrigens meine idee gewesen mitzunehmen ja und jetzt hier mal ja wohin uns dafür jetzt bringt sie uns um weil ich das auch das möchte mich umraten das bringt mir die kohle also klappt brauche das ist eine wand auf lassen gerade weg was auch bei den tunnel für uns alle bei mario party 1 war so werden nicht geschafft hat bekommt noch keine münzen ja ich glaube das weiß ich doch nicht dran wäre schön wenn wir das auch spielen könnten aber leider gibt es keine würfel kommt dann habe ich so weit vorne noch mal warum kommen die page dieser jetzt auf der anderen seite vorbei kommt jetzt das passt nicht in das schema dann kann ich mehreren leute sterne abnehmen ja wie du weißt diese münchen die katastrophen in bezug auf den einzigen man muss ja auch etwas größer doch doch übrigens nicht mal durch diese schlose hinein weiß noch da kommt es nur ein wenn du in einer fragezeichen bett land ist aber sie mit einer nur stelle hat stückte an raus ja da habe ich jetzt auch mal leute klick noch was zu sagen mit dem spiel das wird sich einfach leicht gemacht von den spiel ja und alle gegen mich ich war klar und wie viel eine schiefer verklagen auf fünf münzen und ich meine ich euro ich mein münchen hier nicht so eine nette zahl ich hätte mindestens zehn gesagt zu uns meinst du wie viel das sind wir haben noch viel mehr und alle ausprobieren steuerung 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 ich wollte ihn nicht fressen das ist jetzt die zweite runde von 30 das ist doch egal ganz genau das ist natürlich jetzt nicht gut dass ich für dich hergebämmt es läuft dabei in stern und mission das kann doch nicht wahr sein hat sich zu dir hin gebämmt ja natürlich und er gibt mir einen stern da nebenbei aufgesammelt hat eben alle danke doch gewohnt ist demnächst irgendwo im kosmos die welt heute nehmen uns die münzen weg war war ja ich glaube ich glaube ich mache ich auch meine hier verwandelt ich meine fünf müssen auch ja und eure das war was war das mit einem vater hinter der auf mich gefallen was war das denn du musst an mir vorbeikommen ich habe ein bau aber monat den sein namen hat der 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 die den den d das ich bin überhaupt keine gefahr für euch haben da steht ja gerade perfekter der beiden hübschen aber der sorge am anfang läuft es immer irgendwie ein bisschen gut für mich und danach gehen sie trotzdem gegen die olle die olle die olle im pink die blonde olle im pink die olle blonde in pink ich habe jetzt ganz gewusst was wir überhaupt machen müssen ich bin ich habe nicht gedrückt aber der fette barrio gewesen das war ja go peach go peach ja haaah the princess shes a bitch ok sei bei hübschen ist da nicht sowieso wieder freut und dann nimmt er mir auch wieder mal ab so weit hin und herr ja dann mach kaputt das wollen die transformation abgeschlossen 8 1 1 1 ganz so vier sterne und drehst also der seite gab die base ich bin dritter und er sieht das aus wie ich dem muss ich helfen und ich habe noch so ein bisschen weiter entfernt ja und mich nicht treffen dass genau auf seinem feld steht aber was du ein leicht treffen wenn du ihn einholst um ich habe die umgerät aber wenn wir noch oft sehen so voller krieg der sterne ich habe eine hohe zahl wird von mir einzuholen 20 so 1 und 1 bitte aber wäre auch nicht gut dann muss er irgendwie links war rechts da kann ich nicht erreichen dann sieht komisch aus ein bisschen aus wie der michaelin man ja wie so michaelin mänchen dann dreht der ding auch noch mehr jeder ding überhaupt nicht um ich stehe auf seinem feld ja das ist noch ein übrig oder okay ich dachte haben wir ein sterne stört mich jetzt gar ein bisschen dass die 10 sterne hast schon wieder auf das penitente mädchen ich glaube gleich 12 sterne und dann knallt sie knallt sie ab knallt sie ab und dann knallt sie auf sie müssen sie knallen ich habe sie geknallt ich habe sie geknallt schon wieder nein nein kopfschuss ich habe sie am ende noch mal geknallt so knallt man sie ab und dann knallt man dann schnappt man hier und dann machen wir schon mal schön und dann habe ich meinen bonbon raus nein ja 1 1 und 1 illuminati drei mal eine 10 bitte dann stellen doch 18 ich glaube ich glaube ich sogar perfekt also nicht mit zwölf gerade irgendwie erreicht ich bin auch ich stand auch viel mehr dran ja ja ich stand hinter ihm nur okay wenn worte ich weiß was ich ich bin profi und jetzt erstmal von bonbon erhalten es geht und müssen weg jetzt war eine pause eine pause das war tot er sich dann aber tritts aber nur einen sternen ich weiß aber ich kann drei machen oder gewählten gemacht hat wer will ich denn bin ich dann nein du hast noch zehn sterne wagen müsste eigentlich die 56 sein bei 37 runden ja aber wir müssen die fertig machen die superbrüder sind wieder zurück ja 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 unser spiel wir müssen den ball versenken ich gehe auf den fetten los der folge zittern als ich auf den losgegangen meine meine beschützt mich wieder mehr ball in die nase gebrochen sehr gut lenke auf dich die prinzessin die fresser geschlagen wir sind einfach wir sind einfach das gewinne wir wissen wie man mit bellen umgeht damit weil wir nicht aussehen wie normale das sind ja 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 wir brauchen nachher jedes mal für das jedes mal findet das roten ja also liebe freunde passen wir auch jedes mal wenn das potter hört dann schnappt euch das nächste mögliche objekt und schmettert oder durch gegen den top machen wir schienbein schoner außer du hast keine gesammt vorgesehen der ich glaube nicht los meint rocket wario ist es Oh Gott 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 ich weiß gar nicht wo stehe ich stehe da stehe ich dieser elender dieser elender okay da machte jetzt gar nichts gut der 1 so wie ich sie sind alle weit entfernt von ihr leider ja du musst abhauen von dem ich sag ich möchte kein gejagter sein 31 keine dinge keine abstaubdinger knapp vier spieler spiel in dem spiegel mini spiel ich weiß gar nicht dass ich gucke mich hier mit hier so mit und nicht so verdammt ich muss ja noch dinge drücken war abdrängen 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 los geht wir von roten panzer auf den du erster abdrängen abdrängen das glaube ich nicht ich möchte davon eine zeitlupe sehen ja mal ausnahmsweise bei der einkurve gebremst der rest war geschichte okay das soll die letzte runde für heute sein ja wenn ich jetzt ein ding ist verdammt hat der ding ist ich glaube ja eine andere richtung war auch nicht besser ich verlege gerade wenn ich gut ausgehen soll er kein bonbon mehr bekommt aber geht nach nach und dann besser ist er wichtig egal was du machst du machst du machst du machst du und rum dafür habe ich jetzt schnarchbomben einsetzen sollen möchte ich die röhre kommen dieser er hat gesagt du bist immer noch erster und ich habe 70 münzen 30 das viel zu oft im mädchen gewonnen gefällt mir gar nicht ja ich lerne langsam warum wir müssen immer immer am ende so gut sein das heißt die 6 siebte runde jetzt nicht ich bin viel zu weit weg ist eine münze von mir okay ich habe nur 30 münzen sagte er ich kann sagen in den allerwertesten wie schaut ich habe immer eine peach hier als bettfolger gewünscht irgendwie ohne stadt im buch irgendwie minzen abnimmt wenn sie nicht auch vorliegen haben es gleich viele münzen der kinder dinge bei so einem verdammten laden wird vorbeikommen wieder gegen die langsam langweilig müssen wir schon wieder auf die frage gehen immer und immer und immer wieder ich will nicht ich kann nicht springen sehe ich aus das komme ich aus dem jump and run game du kommst aus dem apg ich bin voll oft irgendwie auf der zeit aufgetreten das gefühl hat dass ich ein zweimal auf dieses scheiß getreten bin dann kann ich überhaupt mitspielen ich schwebe über den boden ja nun muss ich die wirft sich eigentlich gar nicht bewegen ich könnte eigentlich gar nicht mitmachen aber naja obwohl ich glaube wir machen noch nun weil es in der 30 runden deswegen haben wir den überhaupt schon wir haben 29 dann soll das jetzt nicht so sein ich will jetzt mal ein paar bomben sagen kann ich mir zwei auf einmal kaufen danke darfst du nicht warum solltet werden wir mal gucken wenn ich jetzt hier die muss viel spaß beim stibitzen und dann ist noch eins hoffentlich oder da ja was wir den stern weggenommen das hat eine richtung zu begleichen nein was macht das hattest du das nicht schon mal im story muss ich war so als blube als du gegen die lübe gespielt hast und er dann seinen letzten stellen und verloren hat er verliert einfach nur ein oder aber jemanden sterne abgezogen bekommen den schnapp ich wäre ein stern herrland sind jetzt wieder 20 sterne im rennen ich habe einen von dank kommen bekommen bekommen ja wenn wir sind sicht sehr gut ich dachte du musst man das also besser wenn du die pause sein willst Oh auch krasse und weiß doch weiß noch was wunderbar immer wieder geändert wurde wir können sogar alle bezahlen das auch mal was neues oder ist mein eblingsspiel ja 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 da werde ich nichts weiter wie du kannst jetzt sie müssen haben aber nur zehn gegeben ich weiß es waren das ist mir gar nicht nur 50 grad draußen also es ist es ist noch im rahmen das ganze dinge ich habe auch 30 durch die 100 treffen wollte weil man kann so dinge verfehlt ich habe meine münze zurückbekommen jetzt ein schnitt ja ja bis dann